Tja, was soll ich sagen? Beim OI, da gibt es ganz wenig Wörter, die wir wirklich lesen können, bzw. die von Anfang an mit OI geschrieben werden. Wie du in dem anderen Video erfahren hast, wird ja OI meistens in der Mehrzahl gebildet von AU, Baum, Bäume, Maus, Mäuse, Laus, Läuse, Haus, Häuser. Ich habe es trotzdem mal hier mit aufgeschrieben, da siehst du es, Häuser, Zäune, Bäume oder in der Verkleinerungsform, Äuglein, das ist ein anderes Wort, Versäumen, das heißt man hat etwas verpasst, Sträucher ist wieder die Mehrzahl von Strauch, Träume ist die Mehrzahl von Traum, Mäuse ist die Mehrzahl von Maus. Die zwei sind beides Täubchen, weil sie eben ganz kleine Tauben sind, die sind nur etwa so groß, so in etwa. Dieses Perutäubchen gibt es bei uns sogar im Tiergarten, das kannst du da sehen in der Freiflughalle. Und das ist ein Diamant-Täubchen. Warum das so heißt, weiß ich nicht. Sieht aber sehr schön aus, finde ich so grau, mit den roten leuchtenden Augen. Tschüss!